Das ist ja ein... Achso, das ist das Einnehm-Ding, ne? Ist das eine neue Map? Oder ist das eine alte... Äh, das ist eine alte in Zeit, die ich noch nicht gekenne. Ich bin ein verwirrter Typ. Okay. Die ist neu. Die ist neu. Die ist hundertprozentig neu. Nimm ich einfach gar nicht mit. Oh, die haben ich mitbekommen. Oh, ich kann da ja nicht vorgucken. Ich glaub, hier ist Mei nicht die richtige. Ich hab nicht genug Range hierfür. Ich hab hier nicht genug Range für, um hier an die ranzukommen. Gehen wir anders an die hier ran? Ja, 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 ja. Hier reinkommen, das ist gut. Das gefällt mir. Okay, kommen Sie mal her jetzt hier. Kommen Sie jetzt mal her, ja. Aber ich finde die neue Map eigentlich ganz geil, ne? Die hat halt nur so... Weiß nicht, dieser Stelle ist halt nicht so geil. Da kann es ja für alle in Richtung kommen. An sich finde ich die halt ganz schön. Weg damit. Weg mit dem Ding. Aber dass ich die die ganze Zeit noch nicht bekommen habe, das verwundert mich. Ist hier irgendwie erst jetzt ein Cycle gekommen oder so? Ne. Oh, da oben. Lass es da oben, bitte. Lass es einfach. Kann ich die nicht abplatzieren? Ah, ich will da oben eine Wand platzieren. Oh. 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 Ich hab mich gesehen. Die haben mich gesehen. Ich will nicht gesehen werden. Das... Also, okay. Die hat mehrere Stellen, die ich nicht mag. Die ist jetzt auch so eine Stelle. Die sieht zwar schön aus, aber die nervt. Die nervt ganz gewaltig mit der Stelle da oben. Nein! Ich will da oben eine Wand platzieren, aber es geht nicht. Also, wie gesagt, die Map sieht halt echt schick aus. Ich finde die hier echt schön, obwohl das hier ist ein bisschen leer, aber... An sich ist die ganz schön, aber die hat so Stellen, die mag ich nicht. Also, eigentlich alle. Die Map ist so, von allen Richtungen können Gegner kommen. Da oben können Läuse drin bestehen, was halt nervig ist. Vor allem jetzt so Bash, dass ich denke, ich knall jetzt in volle Bude durch. Das machen die halt genau da oben genauso. Weil, was würdest du an dieser Stelle jetzt da wirklich großartig gegen machen? Weil, what the fuck? Du guckst da vor und bist halt tot. Ich mach jetzt genau das gleiche, würde ich mal sagen. Aber auch hier sehe ich geil aus. Ich mag halt auch diesen alten Stil, ne? Das ist so ein bisschen indisch, oder? Was ist das? Ich hab jetzt nicht gedacht, welches Land das ist, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Türme und diese Monumente dort. Ne, das ist nicht indisch. Ne, das ist hier eher japanisch, japanisch-chinesisch-Stil, ne? Wie ist das so ein Mischmasch? Kann das sein? Also, diese Dächer erinnern mich da voll an Chinesisch. Ich hab jetzt nicht darauf geachtet, wo das ist. Hm. Ah, von der Seite! Ne, von der Seite! Ich hätte zurückgemusst. Ich geh gleich in das Loch da und chill mal Leben da oben. Nee, chill mal da oben im Loch jetzt. Also da in dem Fenster, da, 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 da. Da, wo grün ist. Da, wo es grünt. Und LK ist wieder Hard Toxic. Meine Güte, das ist ein scheiß Videospiel. Warum legen sich die Leute so auf? Wie unnötig. Wie unnötig. Und er ist ja, Genji und- Genji und Sigma sind hier, oder? ich wollte beide killen aber ich habe nur eingekriegt naja die mich top an euch ihr habt das schon irgendwie hoffentlich irgendwie so vielleicht noch ein bisschen zurück weil der zionierter da sieht nicht gut aus ohne jungs ok ich glaube das ist das was wir die das halten folgen die brauchen noch so lange unsere team jetzt bis sie da sind knapp ist die gegner aber auch gekillt okay dann ist das unmöglich die kommen wieder okay sehr gut gleich können wir das halt das wäre sehr sehr geil muss da zwar für meine seele verkaufen aber naja das habe ich eh schon oft genug gemacht jetzt wird jetzt nicht gut nicht gut nicht gut wird vielleicht was schnellere spiel wo ich schneller da bin ach verdammt das halt man nicht oder wieder hoch also wenn der soll das hält der krasseste man nein das ist nicht der krasseste man halt das jungs jungs verspricht nicht ich habe das so lange jetzt gehalten ich glaube an euch ich glaube tief und fest an euch war das eine knappe kiste alter war das ein knappes gerät das war da eine richtig knappe runde das hätte jetzt das hätte fast noch plötzlich ausgekündigt ich bin auf jeden fall glücklich dass ich ecco noch mal gewählt habe und damit ich das am ende noch gut halten konnte und mit ihm wird aber das dann gemacht war es eigentlich der beste aber naja ich müsste ich erst mal ich kenne die map halt gar nicht na also wie gesagt die map ist schön aber die hat viele spots die einfach nicht geil sind wie gesagt diese fans und die stellen finde ich halt echt nicht nice naja ich schwöre mich dann hier wieder eine one dead was 11 kids